The Ultimate Driving Experience Ein immersiver Fahrsimulator konzipiert, entwickelt und umgesetzt für die BMW Welt München. Die Kombination komplexer Komponenten wie Full-Motion-Sitze, Force-Feedback-Lenkräder, hydraulische Pedallerien, Touchscreens und VR-Headsets schaffen eine unvergleichliche Erfahrung für alle Sinne. Der Parcours mit Steilkurve, Offroad-Gelände und Wasserpark ist geschaffen für die Full-Motion-Sitze. Er lässt die Besucher die Kräfte des Fahrzeugs spüren. Im Singleplayer gegen die Zeit und im Multiplayer gegen Freunde und Familie. Besucher können verschiedene BMW-Modelle mit ihren charakteristischen Fahreigenschaften voll ausfahren. Die persönliche Experience endet jedoch nicht mit dem Ende der Fahrt. Vollautomatisiert erhält jeder Gast ein persönliches Video mit den Highlights seiner Fahrt per E-Mail. Teilbar via Social Media bleibt die Freude am Fahren so nicht nur in der BMW-Welt. 200 Fahrten pro Tag, 1500 personalisierte Videos in der Woche, 80.000 Fahrerlebnisse im Jahr. BMW Ultimate Driving Experience – Freude am Fahren, modern interpretiert.